Hallo Strickfreunde, bei dem April wird der Gasse gehen, macht echt Spaß. Es blühen die Bäume, es regnet und es erscheint die Sonne. Jetzt perfekt ist mein kleiner, super leichter Loop, den ich mir aus einem Knäuel Cool Wool Lace und Bella gestrickt habe. Und ich zeige euch gerne, wie der geht. Ist ein tolles Geschenk, auch für den Muttertag. Das gute Stück wird aus zwei Fäden zusammengestrickt, einem Faden der Bella und einem Faden der Cool Wool Lace. Gemeinsam mit einer 5.0 Nadel habe ich hier eine Breite, die mir recht war, angeschlagen und einfach losgestrickt auf eine Gesamtlänge von 1,40 Meter. Der so entstandene Schal wurde am Ende zusammengenäht und so war der Loop da. Voila! Auf meinem Webshop habe ich euch bereits ein paar hübsche Strickpakete zusammengelegt. Die Anleitung ist dabei. Schaut vorbei!